Musik 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 Und damit willkommen zurück zu Let's Play Sonic Adventure. Ich habe gerade gesehen, das habe ich festgestellt, es gibt so eine kleine Rückblende. Was so bisher passiert ist, habe ich entschieden mal zu nutzen. Wobei ich sagen muss, es ist sehr schlecht übersetzt. Jetzt müssen wir, glaube ich, ein Fluglevel machen, was ich irgendwo schon mal gesehen habe. Aber vielleicht schaffen wir es in dieser Aufnahme mal Sonic's Story zu beenden. Ich hoffe nur, dass das nicht wirklich der beste Teil des Spiels ist. Sonic, warte hier für einen Moment. Weil ich glaube, der Rest ist nicht so spannend. Musik Das ist diese Cutscenes. Da ist nur ein Platz. Sky Chase Aquaman, bitte nicht. Musik Und jetzt? Hä? Wie funktioniert das hier? Nee, das will ich nicht. Musik Okay, was? Mit Alt? Auch dieses Rotoren-Geräusch die ganze Zeit. 5-5-0-Geräusch die ganze Zeit. Ja, das ist einfach. Ja, das ist einfach. Ja, das ist einfach. Und jetzt ist, glaube ich, unsere Zeit hier für dich. Aber dann ist es einfach, wenn... Ja, das ist einfach. Aber dann wird es einfach. Ja, das ist einfach. Also, wenn du dich passt. Oh ja. Ow! Tails, wo fliegst du überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung, was er tut. Aber du fliegst, warum fliegst du wieder weg? Okay, das war sinnlos, aber nicht so lange, wie ich dachte. So? Tails? Tails? You're not who I'm looking for. Oh, ich wundere, ob er okay ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich bin. 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 Das ist das Casino-Level. Komm ich hier noch mal rein? Nein, komm ich nicht, das ist doof. Kann ich dir irgendeine Kamera... Ja, stimmt, man konnte die Kamera drehen. Und wo muss ich jetzt hin? Oh, das ist aber doof. Und jetzt? Kann ich hier was machen? Ähm, nein. Kann ich hier vielleicht bitte wieder raus? Gott sei Dank, endlich. Yes. Ah. Ich gehe nie wieder in die Nähe dieses blöden Casinos. Hey, pump es ab. Und es hat wahrscheinlich nicht mehr geklappt, weil ich auch noch 50 Ringe hätte haben müssen. Aber wenigstens habe ich Leben fahren können. Keine Träger sind gerade im Service. Bitte sei sinnvoll. Nein, ich glaube, da möchte ich nicht rein. Hä, und jetzt? Ah, jetzt müssen wir ihn hin. Nicht an Ernst. Amy! W-w-w-wait! Oh, Mann! Das Mädchen ist so ein Schmerz. Das Mädchen ist so ein Schmerz. Das Mädchen ist so ein Schmerz. Aua. Was? Warum? 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 Let's go back. Na, ernsthaft? Oh nein. Das ist so ein Bullshit hier. Genau, das ist ein Bullshit. Oh Gott, Sonic freut sich hier drüber mehr als ich, wenn man denkt, wer ihn reingeritten hat. Komm, wo ist Amy überhaupt? Oh Gott! Was? Warum? Dieses Spiel kann sich nicht entscheiden, was es sein wird, glaube ich Was? Warum? Ah, jetzt gibt es keine Ränge mehr oder wie? Ah, jetzt ist mein ganzes Länge weg Was? 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 Warum existiert dieses Segment? Was? 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 Boah, wieso rutscht ich ab? Ah, da ist die Kasse, danke schön. Ja, danke, das merkst du jetzt erst, ich habe das Gefühl, ich will in keines dieser Dinger rein.